Hallo ihr Lieben, ich melde mich ganz kurz aus Heimsheim. Hier waren wir die letzten vier Tage und davor waren wir in Österreich und haben wieder viele wunderbare, granatenmäßige, pferdegestützte Coaches ausgebildet, die innerhalb so kurzer Zeit wirklich, ich wage quasi zu sagen, über sich hinausgewachsen sind, die wirklich wie Raketen nach Hause geflogen sind, mit einem gesteigerten Selbstwertgefühl, Menschen, die wieder an sich glauben und all das zukünftig natürlich auch an ihre Klienten weitergeben, weil das ist das Ziel, hier das Coaching mit Pferden wirklich von der Pike auf anzulernen, zu wissen, wie kreiere ich denn individuelle Übungen für meine Klienten, keine Standardübungen, sondern um wirklich individuell das Beste aus dem Gegenüber, sprich dem Klienten rauszuholen. Das alles haben sie hier gelernt und gleichzeitig so, so viel über sich gelernt und sich so sehr weiterentwickelt. Hey, wow, was Größeres kann es für mich gar nicht geben. Und so fahre ich jetzt auch nach Hause mit diesem Hochgefühl und freue mich auf die nächste Ausbildung, die hier in Heimsheim stattfindet in vier Wochen und ich glaube, da ist sogar noch ein Platz frei. Also wenn du dabei sein willst, melde dich für entweder diese Ausbildung an oder ansonsten schau mal auf unsere Terminliste, wir sind in Deutschland, Österreich und in der Schweiz unterwegs und ja, ich freue mich auf dich. Also wenn du etwas in deinem Leben bewegen willst und im Leben der anderen, dann melde dich an, weil dann bist du bei uns garantiert richtig. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss. Vielen Dank.